Hallöchen, super, ich wollte mal ganz kurz ankündigen und zwar heute Abend gibt es wieder einen Livestream auf Twitch und zwar 20 Uhr, einfach einschalten und ich freue mich drauf, was sagt man heute Abend, da bin ich mir noch ein bisschen unschlüssig, da müssen wir noch mal ein bisschen gucken und ja, dann bis heute Abend, wir sehen uns.